Jeden Freitag und Samstag, Disney Channel Lieblingsfilme. Wo glitzernde Funken schweben. Können Zauberer mit Hexen tanzen? Autos große Augen machen? Sehe ich da hinten etwa ein kleines Zierstreifen-Tattoo rausblitzen? Helden dunkle Mächte besiegen und uns Sterne in die Arme fliegen? Hör mal die Augen auf, du Erste. Mit Spaß, Fantasie und Magie. Disney Channel Lieblingsfilme im Oktober, Freitag und Samstag um 20.15 Uhr.